Guten Morgen! Wir sind heute in Juhlbach aufgebrochen und wollen ein bisschen Trails werfen im Rottal. Da lassen wir noch hin mit 35 Kilometer ungefähr. Also machen wir es! Das nächste Mal die Machete nicht vergessen. Also die Trails sind größtenteils S21-Dali sagen. Und die machen einfach nur Spaß. Auch wenn es heute teilweise ein bisschen tricky ist, weil es los ist. Wo es eine Abhilfe ein bisschen härter macht. So ein Bad Height. Er legt mich am Arsch. Teilweise geht man es runter, dass das Ganze von da vorne ist. Wo ist der Weg? Ich fühle mich auf! Waaah! Wuhu. Nicht überall ist der Weg als solche erkennbar. So, wir müssen Montags ausschauen. Jetzt sind wir ins Zimmbach. In Zimmbach haben wir uns jetzt ordentlich am Bauch geschlagen. Was natürlich wieder ganz schlau war, weil wir noch nicht Höhenmeter gekommen sind. Und jetzt haben wir ziemlich schwere Füße. Gar nicht so unstell. Aber ein Schirm gehört ab und zu dazu. Wer den Abhüll nicht irrt, ist den Downhill nicht wert. Aber wo es rauf geht, geht es auch wieder runter. Servus. Und jetzt sind wir auch wieder mit den Abhüllungen. Das ist auf der Straße. Ich hatte einen kleinen Abhüllungen, nicht nur die Abhüllung. Das ist richtig. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Die Abhüllungen aus der Erkünfte. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt sind wir wieder zurück in Juhlbach. Also, wer sich trailmäßig austoben möchte, der ist da um Simbach und Dunbar auf jeden Fall gut aufgekommen. Trails bis S2 sollten wir allerdings nicht schaffen können, für uns waren die Bedingungen heute den Abfüller auf jeden Fall erschwert, weil es einfach sehr tief verbunden war. Dafür waren die Trails Downhüller eigentlich relativ trocken. Also gut war's. So, jetzt packen wir das Wasser aus. Ich merke schon, dass du Hund hast. Also, sauber nicht unten was. Dankeschön. Das juckt. Jetzt. Ach, wie bring ich's denn? Was habt ihr denn? Ich hab's dran. Leck mich aber schon. Ich bin jetzt sauber. Dankeschön. 0-5. 0-5. 0-5.